Oder muss ich dir... ...beine machen? Jauuu! Wir schimpfen. Wir fluchen. Ficke. Oh, diese Höhle, ey. Ich hab nur noch eine. Ich hab nur noch einen Frame. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Boah. Kommst du? Na? Ich war etwas Iron, wenn plötzlich ein wildes Loch eröffnet. Greggel hat ein Loch gefallen, steht plötzlich mit einer dunklen Höhle. Ja, ja, die Delphine. Greggel geht doch. Greggel-Greeper fällt in einem Block, dieses Loch. Greggel reicht Schwerten-Strecht. Na, die Greggel nimmt viel Schaden. Ich glaub, ohne die Protections-Store wäre ich in diesem Fall jetzt gesuchtelbe gewesen. Ach ja. Ja. Applaus. Und ich habe keine Ahnung, wie ich hier raufkomme. Was noch schlimmer ist, ich habe keine Ahnung, wie wir hier raufkommen. Oh, shit! Die Chancen stehen gut, um zu verirren. Stirb, Zombie. Hier ist Lava. Hier ist Dunkelheit. Hier ist Monster. Hier ist Eisen. Hinter Lava. Wer beschossen? Kann ich nicht. Boah, mein Schwert. Du hast meinen Bogen, Cerulean. Scheiße. Weg. Gut. 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 Das heißen. Nächstes Mal hätten wir uns vielleicht nicht unbedingt aufteilen sollen. Ne, nicht mehr. Oh. Ich mag mich auch hier nicht in den Monster stellen. Weil die Chance, dass ich irgendwie einfach nur wegleg, ist so groß. Habe ich aber schon Level 18. Oh, da ist das Loch. Ich glaube, hier geht's Haus. Hier ist ja kein Level 18, okay? Ja, klar. Da habe ich ja hingepointet. Sollte ich hier abgefetzt werden. Sollte ich hier abgefetzt werden. Hallo, Mr. Zombie. Hier ist Kohle. Ich check mal nach Name-Tags, aber ich sehe dich jetzt gerade nicht. Schifftest du gerade? Nein. Okay, du bist weit weg. Äh, hm. Vertraume Kräger, du auch. Ich habe den Cobblestone Weg gefunden. Ich habe zurückgefunden wieder. Cool. Geh mal rechts runter und schaubst du ein Loch findest. Ziemlich erste Abbiegung. Äh, nein. Also, nein. Nein, nein. Da gibt es nach rechts die Wege und da gibt es rechts so Gravel. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich hole noch die Kohle hier. Auf einer Seite des Gravels, da bin ich im Unterfall. Ich hole noch die Kohle hier. Äh, ich bin Babo, ich hole Kohle. Ah, und hier geht eine Höhle weiter. Auf der rechten Seite ist so ein komischer Weg. Jetzt chill mal. Okay, beim Gravel. Beim Gravel vorbei, oder? Ja, beim Gravel rechts vorbei. Ja, oh, da ist auch ein Loch drin. Ja, siehst du mich da unten stehen? Ja, natürlich. Ja, okay. Ich habe mich hier unten versteckt in der Erde. Äh, ich such da mal einen Weg runter. Hm. Das Eisen versteckt. Äh, in der Wand. Ich denke, dass ich mal den Kräger retten muss. Ja, doch, komm mal. Das ist immer Quid nach der Sache mit der Lava. Weiß noch. Ach ja, das ist schön. Komm raus. Ich habe schon einen leichten Weg nach oben. Ich habe jetzt das Texte weg rausgenommen. Zombie. Wo bin ich hier? Ach, hier. Okay. Ja, mach mir Eisen. Eisen. Oh, Zombie. Oh, Zombie. Sneak Attack. No, what? Das heißt, geht hier jetzt da. Wie länger man in ein Gebiet bleibt, desto stärker werden die Monster. Was? Ah, toll. Na, stärker nicht, aber mehr. Doch. Stärker. Auch toll. Wie so und seit wann. Seit 1,6. Und fuck, die da bauen. Ich beschwige hier eh weg, ja. Ah, ich auch. Das auch hinterher. Oder vor dir, oder auch immer. Na, da brennen sie gerade um die, um die Werte. Oh, die muss ich mal was fragen. Ich will doch nur das Eisen hier haben. Lol. Genau, unter dir steht ein Zombie. Ich weiß, den hab ich vollgeschlagen. Kann ich da den Block unter mir abbauen? Nein. Äh, nein. Im Zweifelsfalle, nein. Oh, schon wieder ein Zombie, hallo. Oh. Fick, 1.2. Monster. Äh, 6. Zombie, ich hab Zombie. Ja, ich hab mein Schwerk kaputt geschlagen. Scheiße. Ich hab's nur nur, dass auch das Unenchanterte. Äh, warte, wo geht da? Da war der Weg hoch, komm. Krieger, mach das Eisen noch raus und dann... Mach du Eisen raus und ich hoppel schon mal nach oben. Danke. Wir treffen uns dann, äh, wenn ich unterwegs bin... Oh, Skelett. Ich fühl mich, ich fühl mich benutzt. Mach den Video oben frei, sodass er das Skelett weggepastet. Ja. Das war der Feuer noch. Ich kann mit der gemütlichen Erhöhlen, holen Erkennungen ist damit vorbei. Ja. Hey Eisen. Oh, bum bum. Hast du das Bum-Bum? 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 Ja, aber ich Bum-Bum? Nicht passiert. Da. So. Hm, Eisen in der Dunkelheit. Das gefällt mir. Ich bin schwer, immer das zu bringen. Ach, Federmaus. Hör mal ganz genau rein. Hast du den Soundauftritt? Ja. Ja, ja, nicht so laut. Ich hab's jetzt hier die Sound auf 27%. Und dann hörst du so ein höheres, ein bisschen helleres. Ja, ein bisschen Zom-Baby anhört bei dir. Das ist das Zom-Baby. Diese Dunkelheit. Ja, das ist so berühlig. Ich war noch nie so angstvoll in deiner Höhle. Ich hab nicht jeder mal. Außer in den guten alten Beta-Tagen, als ich noch absoluter Noob war. Da hatte ich Angst vor Höhen. Hast du wieder Bum gemacht? Ja, ja, ja. Aber ich hab sogar ohne Blocken und hatte ich halt Schaden genommen. Alter! Ich schlag die Spinner! Nö. Haben wir nicht. Toll. Ist nicht. Oh Gott, ist ganz laut. Ich komm schon wieder. Das Schlimm ist, dass man sich unerwartet trifft. Ich baue hier oben mal... Ich rupf von mir aus dem dunklen ganzen Eisen raus. Ah, du bestellst keine Fackeln mehr auf, oder wie? Ich hab keine mehr. Dann mach mich. Ich hab kein Holz. Äh. Sags nix. Ich hab wenig Holz. Das sind zwei Stück. Ich hab nur eine Holzplanke. Achja, jetzt hab ich mir vorher in der Village Stadt gemacht, als ich das Türchen als ich die Tür zu verrammelt hatte. Wo bist du denn drin? Ich bin hier irgendwo. Oh, ich hab das Zombie. Ich habe das Zombie gefunden. Oh, ich bin hier irgendwo unten. Oh, ich bin hier irgendwo unten. Oh, es hat mich. Ich habe es. Pädophil. Mach mal Licht. Was war das? Ach, finden Sie. Erstmal sehen, was Penny hat. Boah, du Skelett, du kleine... Hast du das Sterben gehört? Mhm. Du hast ziemlich nah an mir dran wollen. Ja. Du musst dich fragen, wo du jetzt bist. Erstmal sehen, was Penny hat. Warte mal. Das Holz. Äh, ja. Da ist mein halbes Holz. Wie ein halbes Holz? Mein halbes Holz. Mein halbes Holz. Ach so. Komm her, ich gebe dir Holz. Warte mal. Du weißt was? Ich mach uns beide facken. Okay. Die unten ist Licht. Die unten ist Licht. Die unten ist Licht. Lava. Mein neighbor hat big testicles, cause we see this dude everyday. Komm mal her zu mir. Komm du doch zu mir. Ich kann hier gerade das schwerste Craftingmenü raus, oder? Du musst das Spiel brechen. Okay. Ich hab noch ein Stück Kohle übrig, aber wir werden jetzt beide ins Deck facken. Thomas Lava hast du gesagt? Ja. Ich denke, das ist wo wir beginnen. Nein. Äh, Skelett. Boah der trifft aus dem letzten Eck. Ich bin jetzt auch kein Fan von Stripmining, aber... Ich würde halt ein bisschen farmen gehen. Ah, ich hab noch Minischlucht. Und Gold. Alter, Patrick, wir werden in UHC so weggebasht. Findest du? Aha. Nee. Doch. Ich... Ich bin langsam an einen Punkt angelangt, wo ich einfach... wo ich einfach gar nicht mehr am Computer sitzen will, weil einfach die Framerate zu scher sind. Ja. Du hast ja immer noch mich. Du hast ja immer noch mich. Hallo? Ja. Ich bin jetzt schon 16 und 38. Boah Junge, wir sind hier einem... Das ist nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Ich hab mittlerweile... äh... ich hab hier ein Slime-Junk gefunden, weil ich habe nämlich die ganze Zeit dieses... Ich hab hier ein ruhiges Plätzchen... ein schattiges Plätzchen. Wir nehmen meinen Keks oder deinen Sonnenschirm. Ein schattiges Plätzchen. Ein schattiges Plätzchen. Ein schattiges Plätzchen. Das waren die Jokes, man. Jokes. Ich bin jetzt hier hoch, wird's kaum flach. Wo geht's hier hin? Ich glaub ich find gerade einen anderen Weg in die Oberfläche. Ist gut. Ich fahr hier unten, weil dann die Rest ist, ne? Ja. Kein Platz für Kohle, gibt's nicht. Da. Ich darf keinen. Es dürfe es hoch sein gerade. Ja, was blöd ist, wenn es Tag ist. Wenn Tag ist, spawnen alle Monster in den Höhlen. Also es gibt eine Klinik-Sansa-Monster, die spawnen können und die spawnen in Höhlen. Ach du. Ich hoffe mal, das ist ein Lightning-Bug. Wieso? Weil sonst wie ein richtig schwarzes Loch wäre. Oh. So, ja, wir sind draußen wieder. Ja, ich bin genauer Gegenteil. Hä, wir sind gar nicht mal so weit weg draußen hier. Cool. Ich hätte gern Diamanten gefunden. Ich nutze mir die Gelegenheit, suche einen Baum und hol Holz. Ich hätte da Holz gegeben, aber du bist da weitergelaufen. Okay. Nein, nein, hol Holz, wenn du oben bist. Dieses Spiel. Aber Holz ist so weit weg. Well, she tapens. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das war's bisher ziemlich ruhig. Ich sage ein Zombie. Au. Das freut mich. Voll in den Kaktus reingerannt. Gib dem Kaktus ein Küsschen, Patrick. Ja, wir hatten gestern die andere auch nicht mehr. 그러 Hog, coi. Du bist da im Kaktus.